Es gibt Anlässe, an denen ich Ihnen Pakete zustellen darf. Egal ob zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder einfach, weil Sie sich einmal etwas Nettes gegönnt haben. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass Sie einmal nicht zu Hause sind. Deshalb gibt es bei der Post die Gratis-Paketumleitung. Denn egal wo Sie gerade sind, mit unserer Post-App oder unter post.at können Sie Ihre Pakete an einen anderen Zustellort innerhalb des österreichischen Postnetzes umleiten lassen. An Postfilialen, Postpartner, Hermes-Paketshops, Nachbarn oder auch zu Ihrer Wunsch-Abholstation. Jedenfalls bringe ich Ihre Pakete dorthin, wo Sie sie gerne abholen wollen. Das können Sie sogar dauerhaft für Ihre Pakete festlegen und sich damit selbst eine Freude machen. Sie sehen, mit der Paketumleitung erhalten Sie die Pakete da, wo es für Sie am besten ist. Bis zum nächsten Mal.